So Wow Das zerfällt ja auch rasend schnell hier die Lava So bist du jetzt mal wieder weg hier Du nervst nämlich ein bisschen Natürlich ist es nicht weg Ach dann machen wir einfach mal so Ach wo kommst denn du her Wo kommst denn du her Au 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 ist es Wie viel sind da Wie sie alle versuchen da hoch zu schwimmen Obala Das waren zwei Au 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 Wo kommst du jetzt schon wieder her So geht das aber nicht hier Das Wasser wo kommt das überhaupt her Haha Fuck you Na Die Birne wollte ich nicht ausmachen Ah Jetzt ist aber hier mal Schluss Meine Fresse Gibt es doch nicht hier Heide Bim Bam Ja bleib einfach doof stehen Lass dich abschießen Genau so So ist es gut So ist brav Irgendwie wird die Höhle nicht kleiner Gell Da ist noch ein Creeper Die wird nicht kleiner Die Höhle Wo Oh man Die ist so groß Oh Ich hab keine Fackeln mehr Muss ich mir gleich wieder welche machen Sammeln wir erst mal ein paar Ressourcen Na Noch irgendwo Metall Ach guck mal da Ein Creeper Na komm Geh hoch Geh hoch Explodier Wo kommt denn das Wasser her Ist das von da oben das oder was Könnte ich das mal ausmachen Irgendwie Boah Ich glaub wenn ich jetzt rausgehe Ich find glaub ich auch nie wieder So schnell hier zurück So Ist mal das blöde Wasser weg hier Ich hör doch schon wieder Das ein oder andere Skelett Diamanten Diamanten Die muss ich mir natürlich holen Und ich hab keine Moment Wo bin ich Wo komm ich wieder Ich will wieder heim Wo waren die Diamanten jetzt Scheiß doch Ich wollte mir aber erstmal kurz hier Irgendwo wo es ein bisschen sicherer ist Erstmal was in den Wands schieben Dann wollte ich hier mal Schnauze Dann wollte ich mal kurz sowas hier machen Dann sowas Und dann sowas Sowas Achso Moment mal Ich kann mal kurz Das Gold soll natürlich auch nicht Unabgebaut da liegen bleiben Ich kann mal kurz Ich will gerade, bevor ich die Diamanten abbaue, hier gerade ein bisschen mehr Licht reinbringen. Noch mehr. Oh Gott, ach Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Eine ewig riesengroße Höhle. Wie nur zwei Schochmann. Jetzt bin ich diamantengeil. Jetzt will ich mehr als zwei. So. Ach, nee, wir gehen jetzt mal kurz ein bisschen hoch. Wir legen mal wieder ein bisschen Zeug ab. Ach, guck mal da. Na? Guck mal, du bist tot. Hey, 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 hey. So, aber nicht hier von hinten. Ach, da oben. Da kommen die noch her. Diese raffinierten, raffinierten, die Zombies sind raffiniert. Ach, und da war ich schon. Okay. Puh, was ein riesen Höhlenkomplex. Nehmen wir kurz noch mit. So, wo geht es jetzt wieder raus hier? So, wo geht es jetzt wieder? Hm, ich überlege gerade, wo es raus geht. Hm, ich überlege gerade, wo es raus geht. Also, von hier sind wir nicht gekommen. Das war... Doch, wir sind doch hier reingekommen, oder? Da ging es runter zu dem Diamanten und wir sind auch von hier... Von hier reingekommen. Aber wir sind doch nicht von hier gekommen, oder? Oder doch? Ah, oder doch. So, und ich lasse uns wieder hier so ein Creeper von hinten umarmen. So, wo ich noch mal feste zu Tode drücken. Ah, hier geht es raus. Okay. Puh, die ist noch ganz... Und da geht es ja auch noch weiter. Boah, ist das Ding riesig. So, vom letzten Mal weiß ich noch, dass ich hier, 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 dort eine schöne Abkürzung habe. Zack, 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 zack. Draußen. Kalink. Wo schon wieder? Slimen wir jetzt auch mal schön wieder. Hier spawnt ja auch... Ja. Wie gesagt, Slime wäre jetzt schön. Da spawnt einer. Ich nehme ihn mit. Boah, das ist so riesig, hey. So, und da unten ist jetzt auch ein bisschen ausgeleuchtet. Wie lange nehme ich ihn eigentlich schon wieder auf? Muss ich mal kurz gucken. 14.38 Uhr ist jetzt. Ich habe, glaube ich, um 12.55 Uhr angefangen. Dann ist ja auch gleich schon wieder Pause. Eine kleine Aufnahmepause. So, mal gucken, was jetzt ist. Hell oder dunkel draußen. Ich denke, jetzt wird es gerade... Oh, es ist hell. Das ist schön. Kommt mir schön dreckig verschwitzt aus der Mine raus. Am helllichten Tag. Hat mehrere Tage hintereinander wahrscheinlich nicht geschlafen. War ja in der Mine unterwegs. Ich habe noch eine Viertelstunde. Eine Folge. Circa. Jetzt zum Aufnehmen. Dann habe ich zwei Stunden voll. So. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Wie war das, das war? So. Das sind dann vier. So. Das sind schon mal fünf Kohlestückchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut, dann brennt der da. Och, ich könnte mir eigentlich noch... Ich mache es jetzt auch mal total übertrieben.